Ja, das wird sich allerdings ein bisschen merkwürdig hören. Kannst du mir den Mann mal beschreiben? Ja, wie soll ich ihn beschreiben? Ein Mann Mitte 50, aber von der traurigen Sorte, verstehst du? Intellektueller Typ, ja. Ja. Vom Äußeren her, hässlich. Und das Mädchen? Hübsch, Stefan. Ganz jung und unverdorben. Hey, was ist denn los, Harry? Ja, ein bisschen. Nee, sie ist Angestellte bei ihm. Er hat Restaurants, Imbissstuben, Kiosk. Okay. Was ist los, Harry? Mir fällt da gerade etwas auf. Die hat sich ja überhaupt nicht benommen wie eine versierte Kennerin. Ganz im Gegenteil, die wirkte eher schüchtern, hilflos, bedrückt, wie jemand, der unter allen Umständen gehorsam sein will. Gehorsam, was heißt gehorsam? Ja, das ist das richtige Wort, gehorsam. Die wollte keinen Fehler machen. Ja. Siehe hier nun doch so aus, als hätte es nur mit einem interessanten Fall zu tun. Ja. Also, gute Nacht. Gute Nacht allerseits. Gute Nacht. Untertitelung des ZDF, 2020